Zum einen ist es der Renditevorteil gegenüber erstklassigen Schweizer Obligationen. Wir sprechen davon etwa 0,8 Prozent Pickup. Zum anderen ist es die tiefe Volatilität. Und zum dritten, und das ist für Pensionskassen sehr, sehr wichtig, durch das Beimischen von Hypotheken kann eine Pensionskasse die Wertschwankungsreserven reduzieren. Zum einen die tiefe Belehnung. Wir haben aktuell einen Belehnungsgrad von 40 Prozent. Zum zweiten haben wir direkten Bezug zu jedem einzelnen Kreditnehmer. Wir kennen die und wir schauen sehr, sehr stark auf die Kreditwürdigkeit der einzelnen Kreditnehmer. Zum dritten haben wir das gesamte Hypothekarportfolio gegen Erdbeben versichert. Das gibt dann eine zusätzliche Sicherheit für Investoren. Der vierte Punkt ist die ganze Bewertungsthematik. Wir benutzen so zwölf Monate rollierende Durchschnittszinsen. Das führt in der Bewertungsthematik zu zwei Effekten. Der eine ist tiefe Volatilität und der andere ist bei steigenden Zinsen haben wir sogar noch etwas stille Reserven in der Bewertung drin. Und zu guter Letzt als fünfter Punkt das Wichtigste, das ist die Performance. Die ist nämlich sehr gut. Die Anlagegruppe hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Zum einen vom Volumen her. Wir konnten über 40 Millionen das Volumen steigern. Zum anderen auch performancemässig. Wir erzielten im letzten Jahr eine Performance von 0,72 Prozent. Gegenüber unserer Benchmark, die war minus 0,26 Prozent. Und wenn wir den Vergleich mit anderen Anbietern machen, dann darf ich mit Stolz sagen, dass wir oben aufschwingen. Der Fokus bezieht sich in erster Linie darauf, dass wir die Investorenbasis verbreitern wollen. Bis jetzt haben wir mehr oder weniger nur unseren eigenen Kunden den Zugang gewährt zu dieser Anlagegruppe. Jetzt gehen wir in die Phase 2. Jetzt öffnen wir. Wir wollen wachsen. Wir sind aktuell bei etwa 140 Millionen Schweizer Franken. Wir wollen gegen Ende des Jahres bei etwa 200 Millionen landen. Und damit ist klar, dass wir das Wachstum über eine viel breitere Investorenbasis ansteuern wollen. Für weitere Informationen zur Anlagegruppe Hypotheken gehen Sie auf bicarangst.ch